Herzlich willkommen in der Motorworld-Manufaktur Rüsselsheim-Rhein-Main. Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist ideale Ausgangspunkt für Europa und die Welt. Hier kreuzt sich Deutschlands wichtigstes Fernstraßennetz. Der Lebensmittelpunkt von etwa 5,8 Millionen Menschen. Es gibt viele Gründe, warum sich eine Vielzahl global agierender Firmen in Rüsselsheim angesiedelt haben. Aus dem rund 65.000 Quadratmeter großen Grundstück des denkmalgeschützten Opel-Altwerkes wird ein lebendiges und für jeden zugängliche Stadtquartier gut erreichbar im Zentrum der Stadt, unmittelbar neben dem Bahnhof. Hier wurde der Grundstein des internationalen Konzerns Opel von Familie Opel gelegt. Die historischen Gebäude werden erhalten und in die Zukunft transportiert. Mit der Motorworld-Manufaktur wird eine spannende Brücke zwischen der Vergangenheit, dem Heute und der Zukunft der Mobilität geschlagen. Ein Treffpunkt für Menschen mit Leidenschaft zur Mobilität, um zu leben, zu feiern, zu handeln, zu arbeiten und zu wohnen. Ein neues, faszinierendes Innenstadtquartier. Einzelhandel, Gewerbe, Büroflächen, Wohnungen, aber auch Gastronomie und Hotellerie mit magischem Charme und historischer Industriearchitektur werden angesiedelt. Das gesamte Areal bietet zukunftsorientierte Flächen für zum Beispiel Markenvertretungen, Händler, Start-ups, Büros, Nischenanbieter, Edelschmieden, Produktionsbetriebe, Werkstätten und viel Raum für mobile Leidenschaft. Jeder Aufenthalt wird in den Themen- und Designzimmern des künftigen Motorworld-Hotels zum Erlebnis. Werkstatt, Garage oder Adam-Opel. Expansionsmöglichkeiten für Handel, Vollsortimenter, Handwerk, Gewerbe oder Offices sind nahezu unbegrenzt. Bei maximalem Erhalt der historischen Bausubstanz ganz im Stil des preisgegründeten Konzepts. Wohnen und Leben im Zentrum. Werkstätten, Handwerksbetrieb, Zubehör und Accessoireshops im Manufakturcharakter bringen neues Leben auf das Gelände. Die vielseitige Küche der Themenrestaurants und das einzigartige Ambiente lassen Boxenstops länger und länger werden. Die automobile Themenwelt entfaltet über die Szene hinaus ihre Strahlkraft als beliebte Eventlocation. Veranstaltungen, Konzerte, Messen, Präsentationen, Konferenzen, Tagungen. Parkflächen sind ausreichend vorhanden. Neugierig? Dann melden Sie sich. Und werden auch Sie Teil dieses außergewöhnlichen Projekts. Projekts